Nachdenkseiten Die kritische Website Einfältige Journalie Panzer, Panzer, Panzer Ein Beitrag von Albrecht Müller Es ist ja schon beachtlich und schlimm, wie schnell Politikerinnen und Politiker im militärischen Denken versacken. Aber gemessen an dem, was Journalisten von sich geben, sind die politisch Verantwortlichen ja noch differenziert und zurückhaltend. Beim Blick in Zeitungen und in Fernseh- und Hörsendungen begegnet man regelmäßig der Konzentration auf Politik mit militärischen Mitteln, speziell mit Panzern. Panzer erscheinen wie das politische Spielzeug der Journalistenzunft, ein paar Beispiele aus den letzten Tagen. Die erste Meldung bei der Tagesschau vom 23. Januar um 9.16 Uhr lautete Baerbock zu Panzerlieferungen, wir würden nicht im Weg stehen. Der Deutschlandfunk am Montag, den 23.01. um 9 Uhr meldete Lettischer Staatspräsident Levitz, europäische Verbündete, müssen Ukraine Panzer liefern. Und am selbigen Tag titelte die Rhein-Pfalz Kampfpanzer, Paris schließt Lieferung nicht aus. Die Süddeutsche Zeitung vom 31.01. dritte Meldung, Baerbock, würden Leopard-Lieferungen anderer Länder nicht blockieren. Die FAZ vom 23. Januar, möglicher Ausweg aus Blockade von Leopard-Lieferungen für Kiew, Kongressabgeordnete, einige Abrams-Panzer abgeben, damit Berlin sich bewegt. Die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung am 22. Januar. Warum Panzer nötig sind, Putin wird nur Frieden geben, wenn er erkennt, dass er in diesem Krieg alles verlieren kann, auch seine Herrschaft. Die Rhein-Pfalz vom 21. Januar, Deutschland will nun seine Panzerbestände prüfen und am 20. Januar dieselbe Zeitung, Kampfpanzer, Entscheidung aus Berlin erwartet. Die Rhein-Pfalz am 16. Januar, Leopardpanzer, wohl erst 2024 einsatzbereit. Das war eine Auswahl, im konkreten Fall konzentriert auf die Medien, die ich beobachte. Diese persönliche, subjektive Beobachtung wird auch von Lesern bestätigt, zum Beispiel in der letzten Nacht, wie im Folgenden berichtet. 22. Januar 2023. Liebes Redaktionsteam. Ich habe soeben mit zunehmender Fassungslosigkeit und, ja, ich muss sagen, nicht nur Empörung, sondern Wut, ein Interview im Heute-Journal des ZDF gesehen und gehört, in dem eine völlig maßlos belizistisch agierende Frau Slomka in einer aggressiven und vollkommen undifferenzierten Art und Weise den SPD-Fraktionsvorsitzenden Mütze nicht versucht hat, niederzumachen. Nur weil der das Zögern des Bundeskanzlers hinsichtlich der Leopard-Lieferungen verteidigt hat und anscheinend das Flintenweib der FDP, nach Urban Priol so genannt, die unsägliche Frau Strack-Zimmermann, kritisiert hat. Das ist allerunterstes Niveau. Und zeigt mal wieder, dass die Öffentlich-Rechtlichen ihrem eigentlichen Auftrag immer weniger gerecht werden. Mit kritischem Journalismus hat das nichts mehr zertun. Das ist reine Scharfmacherei. Zornig und gleichzeitig besorgt über die sich immer weiterdrehende Eskalationsspirale an Sie, herzliche Grüße, c.ottmar. PS. Und bei Anne Will geht's im gleichen Duktus weiter, nur etwas gesitterter. Ich habe kaum noch ARD etc. angeschaut, aber mittlerweile ist es ja nicht mehr auszuhalten. Was wir hier als Produkte unserer Journalisten und Journalistinnen präsentiert bekommen, ist nicht nur verwunderlich. Es ist gefährlich. Mit der dauernden und wiederholten Konzentration auf militärische Instrumente wird die Fortsetzung der Politik mit militärischen Mitteln immer mehr zum Allgemeingut. Menschen, die sich für friedliche Lösungen von Konflikten zwischen Völkern engagieren, haben es deshalb zunehmend schwerer. Und jene, die aus wirtschaftlichen Interessen oder aus Gedankenlosigkeit militärische Mittel befürworten und den Aufbau von Feindbildern betreiben, wird das Leben und die Arbeit leichter gemacht. Wir holen diese Vorgänge ans Licht, um zu widersprechen und mit ihnen, liebe Leser, zusammen Gegengewichte aufzubauen. Fürs Erste wäre es einfach gut, wir würden unsere Mitmenschen, unsere Verwandten und Freunde darauf aufmerksam machen, wie penetrant die tägliche Indoktrination aussieht. Auch deshalb ist in diesem Text skizziert und belegt, wie das tägliche Medienbild aussieht. Quellenangaben und weiterführende Verlinkungen finden Sie im Text auf www.nachdenkseiten.de oder im Beschreibungstext unter dem YouTube-Podcast. Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, Soundcloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte. www.nachdenkseiten.de www.nachdenkseiten.de